Hier ist euer Dr. Einstein und heute bei einem neuen Video und zwar habe ich heute von Ugreen, nämlich hier diese PowerRome 1200, eine portable Powerstation. Sehr, sehr nice. Wir haben hier eine wunderschöne Verpackung, in der schon vieles beschriftet ist. Und wir haben hier natürlich die 1200 stehen, auch für 1200 Watt. Das Ganze hat 1024 Wattstunden, ist eine Eisenphosphat-Akku verbaut und natürlich hat damit auch mit 3000 Ladezygeln oder nach 3000 Ladezygeln noch 80% Restkapazität. Ja, sehr nett. Die schauen wir uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen genauer an. Ja, einige Details habe ich euch bereits schon genannt. Wir haben natürlich hier, wie gesagt, 1200 Watt. Das Ganze lässt sich aber bis 2500 Watt, das habe ich auch getestet, sogar ein bisschen mehr belasten. Wir haben hier eine sehr intelligente Technik verbaut, nämlich die U-Turbo-Technologie. Und die kann nämlich oder regelt den Strom bis 2500, sagt der Hersteller, an die Ausgabegeräte, so dass sie noch funktionieren und ihre Leistung bringen. Das Ganze habe ich getestet und tatsächlich funktioniert. Das sehen wir aber dann gleich nochmal im Anschluss. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz nett. Ich habe diese Powerstation auch vorhin schon aufgeladen. Tatsächlich, Hersteller sagt, von 0 auf 100 in 1,5 Stunden ist möglich. Das Ganze habe ich bei über 1000 Watt. Zieht er da aus dem Netzstecker, lädt er hierbei auf und wird er natürlich somit von 0 auf 80 in 50 Minuten aufladen. Wie gesagt, die kamen so auf ungefähr einen, nicht ganz eineinhalb Stunden, ich hatte so ein paar Prozent, hatte ich noch bei der Auslieferung von der Powerstation. Und da kommen wir mit diesen eineinhalb Stunden ziemlich gut hin. Ja, das ist auf jeden Fall ganz nett. Man hat auch natürlich die Möglichkeit hier, bevor wir gleich aufs Design gehen, natürlich die Möglichkeit mit 400 Watt Solar zu laden. Da gibt es einen Stecker, das kommen wir jetzt gleich zum Zubehör, ist nämlich mit dabei. Wir haben hier einen TX-60 Stecker, nämlich für zwei Solarplatten, aber man kann hier zweimal 200 Watt anschließen. Es ist auch viermal 100 Watt möglich, den Stecker, der ist aber nicht dabei dafür. Man kann auch einmal 400, nee, einmal 400, glaube ich, geht nicht. Müssen wir mal nachgucken. Wir haben hier eine Gebrauchsanweisung. Da kann man nämlich das auch nachschauen. Da sind jetzt auch mit den Solarplatten, nämlich auch drauf, auch mehrsprachig. Nein, 400 Watt geht nicht. Einmal 200, zweimal 200 oder viermal 100. Das ist auf jeden Fall so beschrieben. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ist in Deutsch, also besser gesagt mehrsprachig. Ist dabei. Können wir auf jeden Fall mal reinschauen. Wir haben hier eine kleine Tragetasche dabei. Auch das finde ich ganz cool, weil wir können hier nämlich zum Beispiel diesen Klingelstecker oder eben hier noch den Kfz-Stecker, wie auch das normale Netzteil, also direkt ohne, also direkt Anschluss ist das. Direkt hier einpacken. Das ist auf jeden Fall ganz nett und man hat dann alles dabei. So, das zum Zubehör. Und wir haben hier beim Hersteller, liegt natürlich noch eine 5-Jahres-Garantie-Karte mit dabei. Einfach nochmal, dass es deutlich wird. Hallo hier, 5 Jahre Garantie auf diese Powerstation. Betrachten wir jetzt hier die Powerstation zu einem. Das sehen wir hier sehr schön. Also, die wiegt ungefähr 12 Kilo, 12, 12,5 Kilo wiegt die Powerstation. Das möchte ich noch kurz erwähnen. Ist sehr handlich, hat einen sehr großen Griff. Und dann kommen wir hier eigentlich schon zum Design. Das Display gefällt mir sehr gut. Man könnte das Display hier, egal welchen Knopf man drückt, schaltet sich das Display hier an in der App. Das zeige ich euch dann gleich im Anschluss. Lässt sich dann auch einstellen, wie lange dieses Display leuchten soll. Das geht tatsächlich bis Dauer an. Und muss man vielleicht nicht ganz so lange einschalten, aber man hat die Möglichkeit, das flexibel zu verstellen. Auch die Helligkeit, wie gesagt, die App lohnt sich auf jeden Fall runterzuladen und auf jeden Fall zu verwenden. Und auch die Verbindung per Bluetooth ist kein Problem. So, auf jeden Fall das schon mal zum Display hier vorne. Sehr schönes Display. Wir haben hier natürlich, wenn man die Ausgänge vorne anguckt, hat man natürlich die Möglichkeit, hier per USB-C zweimal 100 Watt und zweimal 25 Watt USB-A. Und an der Seite befinden sich auch noch die ganz normalen Steckdosen. Sehr schön angebracht bei den Steckdosen ist hier, weil sie relativ tief sind, dass sie seitlich angebracht sind. Das heißt, der Stecker geht zur Seite weg, nicht nach unten und nicht nach oben. Das ist ja schön, weil wir sehen hier auf den Außenseiten vom Gehäuse auch die Lüfter verbaut. Die sind sehr große Lüfter für diese Powerstation und die sorgt dafür, dass auch hier diese Powerroom 1200 auch dementsprechend sehr leise ist. Ich habe in meiner Anwendung hier bei voller Last dann später lediglich 43 Dezibel gehabt, war sehr, sehr leise. Wenn man sie voll auslastet, kommt man ungefähr auf 55 bis 58 Dezibel und dann regelt er natürlich nach der Last Stück für Stück wieder runter. Also sehr, sehr leise, hat mir sehr gut gefallen bei der Powerstation. Und wie gesagt, wir haben hier, wenn man jetzt da vorne noch guckt, natürlich noch einen Zigarettenanzünder, zwei Klingelstecker. Ist natürlich auch noch mit dabei. Und weil natürlich hier dementsprechend irgendwo ist nämlich auch das Licht hier verbaut. Ich weiß nicht wo, hat die Möglichkeiten von drei Helligkeitsstufen. Und diese Helligkeitsstufen, also diese drei, kommt nach der vierten dann das SOS-Licht. Das ist auf jeden Fall schön gemacht. Es ist ein kleines Licht. Ich glaube, hier außen müsste es irgendwo sein. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Und lässt sich dann per Knopfdruck einfach so durchdrücken, wie man es gerne möchte. Ja, da könnte man noch vom Design noch schnell erzählen. Also man sieht hier außen, hier vorne, da sind solche, so ein Schutz noch angebracht. Dafür steht sie dann sehr stabil, lässt sich sehr gut tragen, gutes Gewicht. So, das auf jeden Fall schon mal zur Powerstation. Wir wollen sie aber auch mal testen. Und das ist jetzt auch mal ganz interessant. Ich habe hier angefangen mit einem ganz normalen, üblichen Haushaltsgerät, nämlich einem Toaster bei 1100 Watt circa. Und diese 1100 Watt bis 1200 Watt ist ja hier ausgelegt. Hat sie natürlich hier die Powerstation problemlos geschafft. Ja, das Ganze ging dann weiter mit dem Wasserkocher. Der hat nämlich so um die 1600 Watt Leistung. Hier ist es dann so, dass er bei 1280 Watt runterreguliert ist. Das Ganze ist der YouTube-Technologie, wo er das Ganze macht. Also er verteilt den Strom dementsprechend. Und somit kann er bis 2500 Watt belastet werden, die Powerstation. Ja, der Wasserkocher hat auch das Wasser dann konstant diese 1280 Watt gehalten. Und somit konnte der Wasserkocher zwar über längere Zeit, aber ohne Probleme das Wasser aufkochen. In meinem anderen Versuch habe ich hier natürlich Wasserkocher und Toaster angeschlossen. Dann war ich ungefähr bei 2700 Watt Leistung. Auch das hat die Powerstation problemlos geschafft. Natürlich kommen dann weniger beim Toaster und weniger beim Wasserkocher. Nichtsdestotrotz hat beides funktioniert. Dauert ein bisschen länger. Aber zeigt, dass die Powerstation hier mit dieser YouTube-Technologie tatsächlich das wunderbar regelt. Und hat mich auch sehr positiv hier mit dieser Technologie überrascht. Und das Ganze bei wirklich 43 Dezember bei solch einer Auslastung war sehr, sehr angenehm. Also einer, der viel Wert darauf legt, dass so eine Powerstation natürlich sehr ruhig ist, der fährt mit dieser Ugreen Powerstation, Powerroom 1200, doch sehr gut. Gut, dann habe ich natürlich noch die App für euch und die könnt ihr euch jetzt mal ganz kurz mal anschauen. Ja, hier haben wir einmal die App geöffnet. Wir sehen hier sehr schön hier die restliche Prozentzahl. Auch sehr schön die Powerstation ist hier abgebildet. Sehr schön gehalten. Wir sehen hier die Entladezeit. Natürlich ist sie auf Standby, ist auf 99,1 Stunden. Wir würden aber auch hier die Ausgabe gesamt sehen in Watt. Und die Einspeisung in Watt ebenfalls wird angezeigt, wie man es eben gerade oder wie es aufgeladen wird über Solar- oder Netzteil. Da wird sich dementsprechend hier die Wattzahl verändern. Ja, der Gerätemanager zeigt an, welche Eingänge und Ausgänge wir ein- und ausschalten wollen. Wir haben auch die Möglichkeit, hier mit der Lampe eben diese, wie man möchte, direkt einzustellen. Also sehr einfach die Bedienung hier gehalten, was mir sehr schön gefällt. Es gibt hier auch die Arbeitsmodi, Standardmodus, Energiesparmodus, immer Anmodus. Ich würde den Standard immer drin lassen, denn ich finde hier bei den Einstellungen, da gibt es nämlich auch nochmal die Möglichkeit, die Abschallungseinstellung, die kann man einschalten. Das finde ich sehr sinnvoll eigentlich, denn wenn die Powerstation über längere Zeit keinen Abnehmer hat, dann schaltet die sich ebenfalls ab. Ist ganz nett, würde ich auch empfehlen, kann man einschalten. Und was mir sehr, 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 sehr gut gefällt, und das haben nämlich viele, haben nämlich diese Funktion gar nicht, ist die Bildschirmanzeige. Oftmals ist es so, dass sie fest definiert ist, wann diese ausgeht, hier in diesem Fall mit der Möglichkeit, es tatsächlich einzustellen, bis auf nie. Das heißt, die bleibt immer an, das Display braucht man vielleicht nicht ganz so, aber nichtdestotrotz finde ich das total genial, weil man das schon mal einstellen kann. Oftmals sind es bloß einige Sekunden, 10, 20, je nach Hersteller, und dann ist das Display aus. Und da finde ich es eine super Sache. Ja, U-Turbo ist natürlich an, und wir haben hier Batteriesparenmodus, Leistenmodus, also eine Art Silentmodus, wobei ja die Powerstation E sehr, sehr leise ist. Wir haben hier die Kindersicherung, und dann kann man das hier auch so einzeln durchlesen. Und genau, das soweit eigentlich zur App. Sehr einfach, sehr übersichtlich, wir sehen auch hier die Temperaturanzeige oben links, auch das ist sehr nett, und hat im Endeffekt alles drin, was man benötigt, sehr übersichtlich, und ist auf jeden Fall ein Nice-to-have, diese App. Ja, da sind wir eigentlich schon so ziemlich am Ende von dieser Powerstation, hat mich sehr, sehr überrascht, hat mir sehr gut gefallen. Auch die App ist sehr gut umgesetzt, auch die Einrichtung von dieser App ist sehr, sehr leicht. Und das rundet natürlich die ganze Powerstation hier ab. Das auf jeden Fall hier zu dieser U-Green Powerroom 1200. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr sie gerne kommentieren. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo, damit ihr auch kein anderes Video mehr verpasst, und über einen Daumen hoch. Und wie gesagt, keine Sorge, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen, ihr versucht es zu beantworten. Ansonsten auch gerne schreibe ich den Hersteller an und frage hier nochmal nach für euch. Das von meiner Seite, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Einstein.